Moin Leute und willkommen zum siebten Kapitel in unserer Reihe. Auch das hier ist wieder relativ kurz, da es hier auch, ich würde sagen, recht lineares und auch nicht viel zu beachten gibt. Wir haben hier wie immer unseren Strang, wo wir lang gehen. Am Anfang kann man nicht viel verkehrt machen. Dann gibt es einmal den Weg, in dem man eben einfach alles normal macht. Also, dass Frank Stone bekämpft mit der Kamera und einfach allem folgt, die ganzen Quicktime schafft. Und wenn man das nicht macht, dann seht ihr, dass Linda aufgespießt wird. Das ist in einem späteren Verlauf auch wichtig. Im Kapitel 9, bin ich der Meinung, 9 oder sogar am nächsten, ich weiß es nicht genau, das werdet ihr aber dann in einem anderen Video sehen. Da braucht ihr einmal den Strang, wo Linda aufgespießt wird. Genau, weil ihr dann nämlich eben eine ganz andere Passage spielt. Richtig, aber wie gesagt, seht ihr in einem anderen Video. Ich glaube, vielmehr braucht es in diesem Video auch gar nicht sagen. Wenn euch das Video auch geholfen hat, gerne wieder eine Bewertung da lassen und wir sehen uns im nächsten Kapitel. Lauf, na los! Lauf, na los! Nein! Nicht da lassen! Lauf, na los! Lauf, na los! Ah, ah, ah!